Wir haben für die Show ein Mann, er ist eine absolute Maschine, ist nach letzter Saison, nachdem jetzt back to back den DFB-Pokal sich gesneakt hat, zurück in die Heimat zu seinem Lieblingsverein. Oder wir werden es gleich nochmal rausfinden, ob es der denn ist. Hat uns auch direkt gezeigt bei Hertha, was sein linker Fuß so drauf hat. Hat sehr wehgetan, live im Stadion, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und dann, als ich ihn danach auch erwischt habe, wo er mich vergessen hat, habe ich ihn auch noch geschüttelt im Moment. Was ist alles für ein gestörter Pass? Was hast du mit unserer Abwehr angestellt? Welcome, welcome an dem Two-Time DFB-Pokalwinner Marcel Halstenberg. Ja, hi. Grüßt euch. Hey, geil, dass das geklappt hat. Letzte Woche hast du noch so krass gegen uns geschossen nach der Show. Ja, klar. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Eben gerade nach Hause gekommen und habe mich kurz vorbereitet auf euch beiden. Und ja, können wir jetzt loslegen. Scheiße, Dicker. Der erste Gast, der sich auf uns vorbereitet hat. Wir müssen uns doch eigentlich auf die Gäste vorbereiten, Alter. Ich will jetzt kritische Fragen auf einmal. Okay, ihr wisst, bei Dime-Time gibt es nur dumme Fragen, gibt es keine einzige kritische Frage. Schön, dass du es bei uns auf jeden Fall mal reingeschafft hast, Bro. Ja, ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Wir hätten sehr gerne mit dir letzte Woche schon über Hertha und Hannover gequatscht. Das war ja trotzdem all in all ein wilder Ritt, kann man sagen. Ein sehr nice Spiel. Lass uns da nochmal ganz kurz anknüpfen, dann können wir auch schon direkt auf diese Woche schauen. Ja, wilde erste Halbzeit von Hertha. Irgendwie zwei Tore geschossen. Was war da los erstmal erste Halbzeit? Hertha ist ja auch nicht so, wir spielen eher erste Halbzeit gut, zweite Halbzeit dann wieder Katastrophe. Aber wie war es gegen Hertha zu spielen? Du kannst es auch ein bisschen besser beurteilen. Du warst auf dem Platz. Ja, irgendwie hatte man ein gutes Gefühl. Wir sind gut reingekommen ins Spiel, haben das Spiel gemacht, hatten auch gute Aktionen. Und dann liegst du auf einmal 0-1 zurück und denkst dir so, okay, naja, geht weiter, spielen weiter, spielen weiter. Und dann, ja, kriegst du das 2-0 und weißt gar nicht, warum. Gehst in die Halbzeit und liegst 0-2 zurück. Und ich habe auch in der Kabine die Jungs angeguckt. Wir waren ein bisschen verpeilt. Ja, und dann hat man halt gesagt, komm, eine andere zweite Halbzeit spielen. Hier ist alles möglich. Der Gegner ist jetzt nicht bärenstark gewesen. Und so haben wir dann auch performt in der zweiten Halbzeit und zu Recht auch 2-2 gespielt. Auf jeden Fall, zu Recht. Ihr hättet auch, also, wenn man sich dann nur das, ich bin ja dann auch während des Lifes, rege ich mich natürlich krass auf, habe ich nur Fanbrille auf natürlich, bin ich so, Digga, wie können wir das verscheißen und bla bla bla. Aber wenn man nur einmal auf die Eckenverhältnisse geschaut hat, dann wusste man eigentlich, in welche Richtung das Game auch easy noch hätte gehen können. Ihr hättet das Spiel auch easy drehen können. Du hattest ja, also zu deiner Vorlage kommen wir gleich nochmal, aber du hattest ja davor gefühlt, Copy-Paste, selbes Ding, aber wurde abseits gepfiffen. Das ist crazy, was du für einen Fuß hast, Alter. Was war das für ein Zuckerpass, Digga? Was ist das? Woher kommt das? Woher kommt das? Ein Geschenk Gottes. Nee, von meinem Papa einfach mitbekommen, muss man sagen. Und ja, so bin ich dann auch Profi geworden. Ganz starken linken Fuß. Rechts hat es immer gearbeitet, nur zum Stehen gehabt. Und das hat sich zum Glück ein bisschen verbessert jetzt mit der Zeit. Aber ich habe hinten, wenn ich viel den Ball habe, kann das Spiel mitgestalten. Und genau auf sowas warten dann die Mitspieler auch. Wissen, dass sie in die Tiefe laufen können. Gerade der Rekön über links, so schnell, guten linken Fuß. Ja, der spekuliert genau auf sowas. Und wie du gesagt hast, erste Halbzeit, der Pass kam ein bisschen zu spät. Er stand dann leider schon, glaube ich, einen Meter drin im Abseits. Aber ja, zweite Halbzeit war dann der Pass zum Glück gelungen. Ja, das ist sehr krass. Aus Berlin, wir waren ja nicht wenig Leute, die zu euch nach Hannover zum Zuschauen gekommen sind. Das war ja schon mal wieder eine richtige Vorstellung, was so auch Fan-Vorstellungen betrifft. Und ich glaube, das Spiel wurde, ich weiß nicht, ob das Ende der ersten oder Anfang der zweiten war, wurde ja kurz unterbrochen wegen Pyro. Und hast du nicht gesehen, wie bist du da so drauf, gerade während des Spiels? Mich würde es mal interessieren, weil du bist ja auf dem Platz drauf. Du siehst das da im Endeffekt. Da fliegen so Raketen und keine Ahnung was. Was denkst du dir da, wenn du das siehst? Ja, es ist schon besonders, natürlich. Also ich bin jetzt kein Befürworter für Pyro. Ich habe ja auch mal nach dem Derby-Sieg gesagt, Pyro ist geil. Klar, das hat was. Es sieht schon vernünftig aus. Und es ist jetzt nicht so, dass mich das irgendwie ablenkt oder so. Klar, Spielunterbrechung, gerade bei dem Wetter ist ein bisschen blöd. Aber es geht ja weiter dann. Ja, Mann. Wir waren ja mittendrin, Alter. Das war schon crazy. Auf einmal poppt so neben dir was auf. Du knallst so übelst krass laut und so. Ja, war auf jeden Fall eine wilde Show in Hannover. Eure Fans sind ja auch stark. Und ich muss auch insgesamt sagen, man hat ja auch teilweise so Games, wo du so ein bisschen Bange hast mit den Fans. Ist ja halt einfach immer so ein bisschen, der eine oder andere nimmt es halt viel ernster als der andere. Und bei Hannover, muss ich sagen, hatte ich nicht so dieses Feeling. Man hat sich eher so ganz cool verstanden mit den Bres. Deshalb auch Props an eure Leute. Die haben auch gut Show gemacht. Ich hoffe, ihr kommt auch zahlreich nach Berlin, wenn es Rückspiel in Berlin ist dann bald. Ja, letzte Saison. Back-to-back DFB-Pokal, ne? War das Back-to-back? Da habe ich das gecappt, Alter. Das war Back-to-back DFB-Pokal. Danach, der Schritt, manche würden sagen, zurück so oder sowas in der Art. Du bist jetzt nicht der Älteste, dass du jetzt so unbedingt in die Heimat zurück musst. Mich würde mal interessieren, du kommst ja aus der Hannover Jugend. Wie ist das so, wenn jetzt ein Spieler Bock hat, zu einem Verein zu gehen und nicht unbedingt, ich weiß jetzt nicht, du kannst ja auch nochmal erklären, wie der Kontakt dann wieder entstanden ist. Aber mich würde mal interessieren, wie reagiert dann der Verein drauf? Freuen die sich? Wie regelt man das dann so? Sagst du deinem Agent Bescheid oder was geht da ab? Ja, ist schon außergewöhnlich. Also, diesen Schritt macht ja wirklich, wenn jemand erst, ja, wenn er eventuell keinen Vertrag mehr hat bei dem aktuellen Verein oder schon wirklich 34, 35, 36 ist in etwa. Und bei mir war es halt so, dass meine Frau schon ein Jahr zuvor, also letztes Jahr im Mai, mit unserer gemeinsamen Tochter hier nach Hannover gezogen ist. Und ich habe zwei Jahre sozusagen unterschrieben, habe ein Jahr schon absolviert, ein Jahr Vertrag noch gehabt. Und irgendwie, ja, war dieses Solo-Leben, übertrieben gesagt, ja, nicht so prickelnd für mich. Ich war lange Zeit dann allein in Leipzig. Klar, wir waren viel unterwegs, hatten viele Spiele, aber das hat irgendwie dann auch nicht mehr so gepasst. Und durch die ganzen Spiele, durch die ganze Reiserei, hatte ich dann auch nicht mehr zu 100 Prozent Bock. Und ich habe mir dann gesagt, okay, wenn wir die, ja, back-to-back den DFB-Pokalsieg holen, dann gucke ich mal, rede mit meinem Berater und vielleicht ist es ja tatsächlich möglich, zu Hannover 96 zu wechseln. Und so kam dann der Kontakt zustande, dass mein Berater mit Markus Mann schon im Vorhinein immer mal wieder Kontakt hatten, wo er dann gesagt hat, ja, der Junge hat irgendwie Bock, für seinen Heimatverein zu spielen. Und so ging das dann grob los. Ich habe dann auch mit Marco Rose gesprochen, mit Max Eberl. Habe dann, ja, darum gebeten, dass sie mich, ja, freistellen, also dass sie mich gehen lassen, obwohl ich noch einen Jahr Vertrag habe. Und das ist natürlich dann auch außergewöhnlich von so einem Verein. Klar, war ich jetzt acht Jahre da, habe viel miterlebt. Aber dass dann der Verein auch sagt, okay, wir lassen einen gestandenen Spieler für wirklich wenig Geld wechseln, das ist, ja, sehr ungewöhnlich und natürlich für mich sehr, sehr wichtig gewesen, dass sie da dann auch das abgenickt haben, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Und klar, wo dann der Kontakt mit dem Trainer, mit Stefan Leitl und auch Markus Mann persönlich war, war natürlich auch eine Euphorie da. Also ich mit, ja, mit 32, jetzt acht Jahren, auf höchstem Niveau gespielt. Ja, das ist nicht normal, sagen wir es mal so. Ja, ey, mega, mega. Wir freuen uns natürlich, du wirkst glücklich auf jeden Fall da, wo du jetzt bist trotzdem. Also so einen Schritt macht man ja auch gerade, wenn so, wie du sagst, Back-to-Back-DFB-Pokal, das ist schon so ein Ding, was, glaube ich, fast kein, also wer hat das in seiner Karriere gefühlt, so vor allem hintereinander weg, so, dass man so dann so einen Step machen kann. Sieht man, und du siehst happy aus, es sieht geil aus. Hannover ist jetzt kein Mini-Verein im Endeffekt, es ist trotzdem ein Traditionsverein. Und zweite Bundesliga gibt ja auch, ich denke mal, du wirst auch trotzdem deinen Spaß extrem rausholen können, oder? Wie ist jetzt die erste Zweitligasaison für dich nach acht Jahren High-Performance-Athlete? Ja, es macht trotzdem echt Spaß. Und es ist alles andere als einfach. Also man sieht, man hat viele 50-50-Spiele und da entscheiden Kleinigkeiten. Und gerade, wenn ich mich zurückerinnere, erstes Spiel gegen Elversberg, ich hatte gefühlt anderthalb Wochen eine Vorbereitung, stehe ich auf dem Platz, 45 Minuten bei 30 Grad, und nach 45 Minuten rede ich mit dem Trainer und sage, ich bin am Maximum, am Limit, das geht nicht mehr. Und da sieht man halt auch, was für eine Qualität die zweite Liga hat. Und das ist auch physisch einfach fast identisch ist zur ersten Liga. Es ist trotzdem sehr anstrengend, aber macht halt auch Spaß. Und die Jungs, der Verein hat mich natürlich gut aufgenommen, aber auch die Mannschaft. Und wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Jungs in der Mannschaft, mit denen ich mich richtig gut verstehe. und das ist für mich dann auch nochmal etwas anderes. Ja, Mann. Es bockt auf jeden Fall sehr, da zuzuschauen. Ich habe dir, glaube ich, auch schon direkt als dieser Wechsel, ich glaube, das war die erste Nachricht, die ich dir jemals geschrieben habe. Ja, stimmt. Den Wechsel feiere ich übertrieben, meine ich schon. Der erste Schritt ist übernice. Ja, ich feiere es auf jeden Fall sehr. Generell, wie ist so Leitl drauf? Man kriegt ja jetzt von Träern nicht so viel, also man guckt Presskonferenzen und so, aber du bist ja dann intern, du weißt ja, also dann lernst du ja den Menschen nochmal kennen. Wie ist der so drauf? Ja, auch super entspannt. Also er weiß, was er will. Er ist taktisch auch sehr basierend und legt sehr viel Wert auf seinen Spielstil, auf die Phasen, die er hat oder die wir haben. Und menschlich, neben dem Platz, kann ich auch mit ihm über alles reden und da zeigt er auch viel Verständnis. Also sehr positiv. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, Mann, Alter, ich hab dich voll zugelöchert. Back to back, pam, pam, pam. Die ganze Zeit nur Frage, 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 Frage. Ey, war bombastisch. Hast du noch was? Ey, wir haben natürlich nochmal den Chat gefragt. Wir hatten noch die Möglichkeit, eine Frage an dich zu stellen und eigentlich suchen wir da immer eine raus. 90 Prozent ist aber leider wie immer Quark. Deswegen hab ich mir eine Frage rausgesucht, die ich ganz interessant finde. Du hast ja jetzt schon zwei Mal den DFB-Pokal gewonnen. Aber was war für dich das... das Spiel in deiner Karriere, wo du am meisten zurückblickst, was du so am geilsten fandest? Boah, schwierige Frage. Ja, da würde ich tatsächlich mein Debüt für die Nationalmannschaft sagen. im Wembley-Stadion gegen England. Auch wenn wir nur 0-0 gespielt haben, aber 90 Minuten gespielt. Und ja, das ist... Also da werde ich auch immer dran zurückdenken. Das war schon was sehr, sehr Spezielles. Geil. Vor allem als Verteidiger ist ja 0-0 auch noch eigentlich fein. So klar, ein Tor für euch wäre gut, aber immerhin habt ihr hinten keins reingelassen. Und so ein Nationalmannschaftsdebüt ist halt nochmal ein ganz anderes Feeling, wenn man so weiß, man kann auflaufen mit dem Adler auf der Brust. Boah, das muss crazy sein, Alter. Außer man ist jetzt vielleicht im Olympiastadion gegen die Türkei. Dann ist es ein Ausleihung. Ja, das stimmt. Nee, aber da muss ich sagen, also ich habe nie für die Jugend oder so, also für die Nationalmannschaft gespielt in der Jugend und dann an Nationalmannschaft Anruf bekommen, dann da auf dem Platz zu stehen mit den Stars links, rechts neben mir. Also das ist schon was richtig Geiles gewesen. Hast du da Innenverteidiger gespielt oder Außenverteidigung? Außenverteidigung, ja. Du warst ja auch mehr Außenverteidigung. Jetzt bei Hannover ist es jetzt nochmal richtig in die Innenverteidigung gerutscht, oder? Davor habe ich eigentlich fast immer nur links gesehen eigentlich. Ich habe mich immer aufgeregt bei FIFA, dass er eine Außenverteidigerkarte hat. Das war nichts zu gebraucht mit dem. So langsam einfach. Nee, also wie du gesagt hast, links eigentlich favorisiert. Nationalmannschaft gespielt, auch Mainz der Zeit in Leipzig gespielt. Aber wo ich dann hergekommen bin, war eigentlich schon von vornherein der Plan, dass die Jungs mich in die Mitte stellen wollen und planen. Und wir sind ja auch gut aufgestellt auf der linken Seite. Von daher habe ich drei, vier Spiele gebraucht und jetzt will ich da aus der Mitte auch gar nicht mehr weg. Also ich fühle mich echt pudelwohl neben den beiden Jungs, die 36 kmh laufen. Das ist super stark, Alter. Man sieht auf jeden Fall, dass du einen großen Impact hast aufs Team, finde ich. Auf den Spielaufbau, auf komplett, wie es bei Hannover läuft. Ich meine, ein Platz vor Hertha. Noch ist alles offen in der Liga. Nächste Woche geht es gegen Karlsruhe. Ihr gegen Karlsruhe? Ja, gegen Karlsruhe. Wir haben ja eine Fanfreundschaft mit Karlsruhe. Ich bin ja eher Karlsruhe. Wir spielen gegen Karlsruhe. Was denkst du jetzt mal gegen Karlsruhe? Jetzt so ganz trocken. Kann es was werden? Kann es nichts werden? Stindl? Also ich bin ehrlich, es muss was werden. Gerade zu Hause. Wir haben jetzt gerade auswärts auch nicht so gut performt, die letzten Spiele. Haben jetzt gegen Paderborn, klar, schwere 70 Minuten gehabt in Unterzahl. und hinten raus eklig verloren mit so einem Tor. Aber gegen Karlsruhe, ja, also wir müssen gewinnen. Das ist unser Ziel. Wir wollen Anschluss halten und brauchen jetzt die Punkte. Habt ihr euch ein besonderes Ziel gesetzt diese Saison? Irgendwie, dass ihr oben mit dabei sein wollt? Oder nehmt ihr jetzt erstmal mit, dass es so gut läuft und dass Hannover vielleicht doch wieder in Zukunft irgendwann den Step nach oben schafft? Naja, wir saßen vor der Saison zusammen und haben uns gesagt, wir wollen unter die Top 6. Das ist immer noch das Ziel. Und wenn mehr drin ist, auf jeden Fall auch oben angreifen. Nice, Alter. Ich fand es auch so funny. Ich habe letztens gesehen, du bist ja mit Terrence auch schon OG lange befreundet, ne? Also ich habe irgendwo was gelesen, dass er sogar dich zu Leipzig geholt hat? War das? Ja, kann man so sagen. Also ich habe mir Leipzig angeguckt. Ralf Rangnick hat mit mir gesprochen und mich dann auch zum Trainingszentrum eingeladen und Terrence stand dann noch um 19 Uhr abends Parole und ja, hat mich so empfangen und er hat mir, glaube ich, schon immer wieder, jedes Jahr geschrieben, du musst nach Leipzig, du passt perfekt rein, komm zu uns und so in etwa. Und irgendwann hat es dann geklappt. Leider habe ich nicht so oft mit ihm gespielt, weil er verletzt war, die schwere Knieverletzung hatte. Aber ja, durch ihn bin ich auch Richtung Leipzig gekommen, muss man sagen. Ich habe ein paar Prozente vom Deal gekriegt, Alter. Ich finde es immer so krass, wie das doch so teilweise, also so ein Mix ist aus High Professional und aber Mundpropaganda trotzdem. So dieses einerseits so, du sagst einem Spiel, ey, komm mal. Und dann ist es ja so professionell, du kannst ja, wie er sagt, selten dann zusammen auf dem Platz stehen. Aber ich habe es schon oft von Spielern gehört, dass die so waren, so, ja, ich habe so ein bisschen geholfen, dass der Spieler kommt und so. Also ich finde es immer so krass, wie das so, ne, so halb. Dass das doch funktioniert. Komm mal zu, also wie, wenn du jetzt einen geilen Job hast, so kann ich das anfangen, zwanziger, Kollege hat einen geilen Sales-Job, ey, bro, du musst bei uns anfangen. So gefühlt auf denen so, dass das so auch in diesen High, also in dieser Bundesliga, Zweite Bundesliga und so auch funktioniert. Ja, aber Terrence ist auch einer, der gerne viel redet. Der hat ja auch am Anfang der Saison schon aktiv gegen Hertha geschutet, Alter. Ja, ja. Also er redet ja gerne viel Trash-Jock. Sie lieben ihn ja auch so. Aber dann hat er so geschutet und jetzt steht FCK auf der 13. Am Wochenende fahren wir runter. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich auch sehr. Also am Anfang der Saison hat er gesagt, ja, die Zukunft von Hertha scheint ja nicht so hell. Nee, aber ich meinte, er kam rein in die Show und er hatte frisch rasierte Glatze. Ich meinte so, oh, die Glatze glänzt. Ich mache so. Und er sagt so, er macht so, heller als Herthas Zukunft. Nee, 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 nee. Das passt perfekt. So was darf man ja auch nicht ernst nehmen. Wir sind so kleidet. Doch, das war schon der Saison. Du bist immer so echt, der ist so nachtragend, Digga. Den kannst du drei Jahre später merken. Ich werde am Wochenende, werde ich Hertha-Trikot und drunter FCK-Trikot ziehen. Sag ich, wie es ist? Oh. Das ist gefährlich. Zwei Herzen, sag ich leider. Das ist gefährlich, Alter. Schön, dass du es vorher erzählst, bevor du es machst. Mein Spaß. All right. Sehr schön. Marcel, danke dir, dass du bei uns noch gekommen bist. Gerne, gerne. Danke für die Einladung. Das war sehr funny. Hat mich gefreut. Ja, das war sehr geil. Du hast uns auch ein paar Mal zum Lachen gebracht. Du bist ja auch schon lange in der Splash-Gag, sag ich mal. Auch ein bisschen mehr oder weniger low-key. Ich glaube, irgendwann hat mir David Raum geschrieben, dass ihr so eine WhatsApp-Gruppe habt, wo ihr euch mit Janis und so immer die Videos mal reinsendet. Ja. Das war funny, Alter. Das war überragend. Also wirklich. Was ich leider vermisse, muss ich ein bisschen Kritik äußern. Mein Trikot hängt da an der Wand, aber kann ich nicht erkennen. Die Unterschrift fehlt auch. Ich bin immer so scheiße, dass ich so unfassbar... Stimmt. Aber ich muss ihn ein bisschen in den Schutz nehmen. Er sagt, nächste Woche, ja, Digga, nächste Woche bringe ich die neuen Trikots mit, dann hängen wir dir da hin. Ah, Bro, vergessen. Nächste Woche. Fehlt die Unterschrift. Ich brauche noch, ich muss auf jeden Fall Marcel, Marcel war sowieso so funny nach dem Spiel, Digga. Ich will es jetzt auch nicht erzählen, gerade wegen seinem Auto auch. Ich sehe ihn so wirklich, ich sehe so einen Typen und ich denke so, Digga, war das Marcel gerade in so einem Ford, wirklich so einem Familienwagen. Ich denke so, krass, da fährt der so ein unständiges Auto so auf den, dachte ich so, dann fährt er schon so weg, weil Marcel so meinte, ja, warte an dem Ausgang auf uns und so und dann treffen wir uns danach. Ich sage, Digga, ich glaube, ich habe dich in so einem Ford gesehen, ganz ehrlich. Ne, Digga, ich habe einen Urus. In dem Sinne, Alter. Ey, Marcel, danke dir, dass du bei uns am Start warst. Wir wünschen dir natürlich ganz, ich glaube, es stecken geblieben wieder, ne? Wir wünschen dir eine tolle Woche, trotzdem. Ich weiß nicht, ob du das hast. Du musst ihn, glaube ich, einmal raus und reinkicken, aber unnötig jetzt, oder? Ich schreibe ihn einfach, dass das... Ey, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Marcel. Marcel Halsmerk, meine Freunde. Dankeschön, dass du am Start warst. What a lad. What a lad.